Sie haben hier als Nationalratspräsidenten in der Wahlkampf thematisch sein. Ich glaube, die Wahlwerbung für die SVP hat funktioniert, bezogen auf die Nationalratswahlen. Im Ständerat hat das wahrscheinlich eher geschadet als genützt, aber man kann da nicht differenzieren. Aber die Linken natürlich auch nicht politisieren. Da liegt sie ja auf Freifach. Im Gegenteil eigentlich positiv überrascht. Ich hätte nicht erworben, dass ich einen so grossen Vorsprung aufnehme. Herr Dösten, wir haben noch ein paar Fragen. Und ich denke, das ist etwas, wo wir bereit sind, unsere Initiative zur Umschaffung von kriminellen Ausländer. Das ist eine Frage. Ich kann sich überlegen, wo sie stehen wollen. Sie fragen, es ist aber auch die ganze Verwaltung. Es ist eben nicht kompliziert in diesem Land. Also ich glaube, wir sind... Seit jetzt sind wir 10 Prozent. Die SVP hat tatsächlich deutlich zulegen. Die SVP hat doch deutlich weniger 14,6 Prozent. Wir waren nicht über die realen Themen, realen Probleme. Jeder war über Mr. Blocher oder die secreten Pläne. Dinge, die nicht existieren. Jeder wusste, dass sie nicht existieren. Aber wir waren über das. Und sie hatten vieles Publikum. In den Journalisten, etc. Und das ist weshalb wir nicht zufrieden, zu diskutieren, unsere wichtigsten Themen. Die SVP hat viel Geld. Ich weiß nicht, woher das Geld kommt. Wir können es sagen. Niemand weiß. Niemand weiß. Denn es ist eine dunkle Raum in der Schweiz. Und das ist eine sehr schlechte Sache. Wir haben keine Transparenz. In diesem Fall.